Das heißt, wir müssen die Ablinks abschalten, falls das erknüpft ist. Ja, ja, wir hatten sie offline, deswegen war ich irritiert. Ja, okay, danke. So, der ist down, der Typ. Steht nämlich direkt vor einem. Ich wundere mich gerade nicht, warum ich nicht. So, ich muss sie offline. Scheiße, woher der? Wo zur Hölle bin ich beschossen? Ach, da oben. Das Problem ist einfach nur einer von denen hängt im Baum. Rang 22. Ja, wäre zu einfach. Bei Battlefield würde es tatsächlich gehen. Da kannst du die Arme kurz mit dem Panzer. Och, da steht ein Munitionslager. Eine Mega-Explosion, einfach die Kompetenz stadt mal eben weg. Ja, das ist das Geile an der Eifel. Dann habe ich eben in meiner letzten Aufnahme mitbekommen. Einfach mal kurz ein Munitionslager ausgestattet. Ich glaube, ich war tatsächlich nur ein stationäres Geschütz, was ich am Ende mischt hatte. Mit dem Panzer und, äh... Das hat einfach mal kurz komplett die Stadt zerrissen. Komm mal her, mein Freund. Ach, das ist die Blasterkanone, wie es von mir. Ach, das ist die Blasterkanone, wie es von mir ist. Wenn ich eine Granate habe. Wenn die noch gestorben ist, ich... Au. So. Warte, das ist doch mal... Irgendwas kommt von oben, aber ich kriege es gerade noch nicht zu, gar nicht, woher es kommt. Die Ewoks. Ach, da oben. Ja, 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 ja. Die E-Großen. Nee, da happelt irgendwas von oben in den Bäumen rum. Aber es ist kein Ewok. Es war immer das Größe... Es war tatsächlich ein menschlicher Spieler, nur ich weiß nicht... Es gibt nämlich eine Profäe, wenn du von so einem Ewok erschlagen wirst. Ach, je, je, mein bester Freund auch wieder da. Aber von Dings hab ich lange nicht mehr gehört, ne? Von so einem... Zero. Aber der spielt auch noch mit. Spielt der bei uns? Spielt der bei dir? Nee, Gegner. Ach, schade. Das Glück haben wir nicht. Ja. Ach. Ja. Ja, 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 ja. So, einer von... Oh, mein Partner sitzt im Dings drin. In dem, äh... ATSD. Mühe, Kevin. Nö. Oh, Kevin ist mühe, muss heuer Apropos machen. Nee, eigentlich nicht. Äh, falls man sich hört, ich bin ein bisschen krank. Ich bin ein bisschen krank gewesen letzte Woche und brauche viel viel Schlaf. Zuneigungsschlaf. Ich hab... Ich bin tatsächlich, ähm, auch vor Donnerstag, auf... Nee, vom Freitag auch vor der Arbeit. Ich habe denn nachts, äh, bei 13 Stunden Schlaf gewesen. Der vor die Nacht war eigentlich so zweieinhalb Stunden. So, das macht schon einen Unterschied. Der arme Kevin hat kein Mitleid von unserer Crew bekommen. Deswegen schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Ja, genau. Gute Besserung, lieber Kevin. Lass es dir wieder gut gehen und... Halt die Klappe und zock dir weiter. Ja, okay. Ich war nämlich auch krank, Kevin. Ja. Ich war auch krank, Kevin. Ja, aber du hast von allen gute Besserungen bekommen. Ja, ich bin auch ein Mädel. Und der Malte auch hat von dir auch gute Besserungen bekommen. Richtig. Ja. Was, ja. Ich kenne ihn noch nicht so lange nicht. Ich kenne ihn schon. Deswegen, ich wüsste... Egal, ja, ja, ja. Das ist gewiss bei mir. Ja, ja. Das mentale Gutebesserung. Einfach das Wissen, ja. Oh, Doppel-K-O. Das ist ja lustig. Ach, schade, der hat den erledigt. Ich, ich. Schade. Hat mich mit drauf geschossen. Auf den Luke. Ja, Luke hat... Leider hat es auch zerlegt. Oh, ich hatte es, wenn man eine Waffe deaktiviert ist. Ja. Haben die gerade so oft, wa? Leg ich jetzt auf die Seite und kämpf mit Fäusten. Ja, ist klar. Egal, wo ich stehe. War, markiert der, ja, hinter mir. Ernsthaft. Weißt du, der AT-AT ist ja freigelegt. Wer ist ernsthaft? Der arme Ernst. Ja. Gehe Mittwoch ins Kino. Wer ist wo? Ja, genau. 25, hübsch. Attraktiv. Das ist ja nicht eifersüchtig. Ne, Sarah 20, eifersüchtig. Nicht eifersüchtig. Wenig eifersüchtig. Oder so, ja, wie sollt. Ah ja, so ist... Ah, da oben steht noch einer. Ach, ja. Oder... Indischer Freund, wie auch immer. Was? Indischer Freund. Pustan, Hannah, Yuri, hat sie nicht gesehen, die ist ja, glaube ich. Der arme. Ja. Kannst ja bald deinen Namen ändern. Ist ja bald machbar. Ja. Ist es tatsächlich... Ja, das ist ja... Mal kurz anschneiden. Das ist ja tatsächlich angekündigt worden, dass Sony oder... Das Sony plant und... Ähm... Das war die Namensänderung, dass sie machbar ist. Und ich werde auch... Namensänderung. Ich werde tatsächlich meinen Namen ändern, Aliyah auch. In was? Einfach meinen... Auch in meinen YouTube-Namen tatsächlich. Ich werde nur... Ich werde nur den Unterstrichs vor das YT einfügen. Ich werde endlich dieses Micha löschen und Cut-Art ausmachen. Wir müssen sie deaktivieren. Wir halten, dass ich den Namen wieder reinführe. Also ich werde dann LPKF-Unterschritt YouTube. So, jetzt tatsächlich... Kommt da tatsächlich die Namen rein. Weil damals, als ich den Account gestellt habe, war ich noch kein Let's Player. Deswegen... Hab ich das noch nicht gehabt. Und nein, es ist tatsächlich nicht vom YouTuber LP MidKF. Auch das wurde ich schon gefragt. Ey, du hast den Namen ja von dem gekauft. Hat ich so damals Let's Player geworden und kannte ich den noch nicht. Außerdem kann doch eh nichts dafür, dass der auch Let's Player ist und auch gleich heißt wie du. Ja, mir fiel einfach nur nichts besseres ein. Das ist halt der Unterschied. Wie gesagt, das haben mich tatsächlich schon dann Leute danach gefragt halt. Aber eher scherzhaft. Aber gut, wie gesagt. Ich kann nichts dafür, dass er... Dass seine Mutter ihn nach mir benannt hat. Ja, nee, ist klar. Du dochst ja wahrscheinlich älter als du. Ich hab keine Ahnung. Also ich sag mal so, ich hab das eine oder andere Video tatsächlich von ihm gesehen schon. Aber vom Alter wüsste ich jetzt nicht... Äh, wie alt der ist. Aber kann sein, dass der älter ist, dass er sich krank ist. Wie gesagt, ist mir auch scheißegal, wenn ich eigentlich bin. Ich wollte es nur gerade dem auch immer klarstellen, dass es einfach Zufall ist. Zufall. Zufall. Rainer. Genau. Rainer. Wer ist Rainer? Rainer. Wer ist Rainer? Wie die Katte aber wieder fremd geht, ne? Ja. Mit irgendwelchen Leuten. Von Rainer auch im Ernst. Malte. Hä, deswegen war der Malte auch krank. Ja, weil er bei mir war. Ja, schon klar. Bei, auf, in, unter. Scheiß Autokorrektor. Ja, genau. Scheiß Autokorrektor. Kann ich nichts für? Ja, das war ich mit Absicht. Ey, nein, niemals. Das ist wirklich schwierig. Ich würde sowas niemals tun. Nein, nein, nein. Gib es doch endlich zu. Nein. Oh. Ich golfe dich auf dem Firmeninternen-Golfplatz. Wunder der Letzt im Geschäft, wo dich als kleines Miststück bezeichnet, habe ich gesagt, noch einmal klein, ja? Komm schon, du wolltest das auch immer schon hören, du kleines Miststück. Ja, aber nicht klein. Miststück, ja, aber nicht klein. Ja, aber nicht klein. Du kleines Luder. Ich bin nicht klein. Ja, richtig. Ich kenne tatsächlich Frauen von ihnen, also die sind teilweise unter 1,60 groß. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ich hatte eine Freundin, die war 1,36 groß. Mein Beide halt. Äh. Kann man sehen, wie man möchte. Was sagst du? Schatz, mir ist die Family runtergefalkt. Kannst du bitte mal kurz unter das Sofa gehen? Du kommst da so gut runter. Was unter das Sofa gehen? Also wie hoch ist denn dein Sofa? Wir wissen von einem Informanten, dass Skywalk an eurem Schlafzimmer drunter. Aua. Guck mal, wie der alle kann. Komm hier. Hilfe. Bärfeuer. Okay. Ah, dann weiß ich, warum wird der eben geschossen? Hat die. Da bin der Typ. Dann war das eben Schmerfeuer, aber die haben die ganze Zeit draufgeschossen noch nicht. Bär, oder? Ach komm, ey. TomTom Chris hat sich ganz weit weiter verlaufen. Der hat sein Papa macht bestimmt Navis. Was? TomTom Chris, der hat sein Papa macht bestimmt Navis. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Hinter dem scheiß Baum. Einer links, einer rechts und dann haben wir an den Typen. Naher uns. Ja, weil er die Bäume nieder schiebt. Ich hab ne CEO. Das war ne CEO tatsächlich und ich hab'n gekriegt. Aber ich bin danach wieder direkt getötet worden. Aber das war mir scheißegal. Das ist auch vermaßbar wert. Das ist das Ende von Skywalker und dieser absehenden Rebellion. Aber ich bin zu schlug angelegt. Zu schlecht, diese Runde. Ich hab' fünf Kills oder so. Hallo, schlug Kills. Wie. Rebellen ab Link gestört. Operationengefährsgemäß fortsetzt. Da haben wir hier keinen. Seid er mit dem Link langgekommen? Autsch. In der Pulskanone. Ein Schuss vor allen Dingen. Ja, 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 ja. Da gibt's eine Impulskanone, die muss voll übel sein. Weil mich hat's vorhin auch irgendwo mal errichtet. Ja, ich wusste auch ungefähr, wo der steht. Aber ich bin nur einen Schritt rausgekriegt. Einen Schuss gekriegt. Alle sind echt schlimm, ich denke. Dummerer Speeder. Ich bin einfach auch mit dem Gewechsel. Kein Wahre. Boah, die Schilder sind aus. Ach, Puster, Jan, halt nur. Jo. Ja, die Käpt'n hier drin. In dem Bereich. Und, äh, was ist das? Meins. Ich hab' ihn erledischt. Wieder erledischt Ups Danke fürs Weckillen Ich weiß nicht wer es war Bam 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 Tot Verteidigt den Kampfläufer Bis seine Schilde wieder online sind Ich glaube da läuft auch wieder Lug durch die Gegend Ach sagt er auch die ganze Zeit Ach doch nix, wir haben Eckler gewonnen Ja das ist zumindest richtig 27 14 Was? Du warst Rang 9 am Anfang Na gut am Anfang geht es relativ schnell 1,2 7 am Anfang Alter Alter Verwalter Wer ist Walter? Was? Oh Gott So, dann gucken wir uns die Punkteserie noch an Und dann verlassen wir das Spiel Und die Aufnahme Aha, wie sie schon abhaut Ja, gleich vor Wie sie jetzt schon keinen Bock hat Weißt du, dann läuft sie einmal Dann haut sie schon wieder ab, ne? Moment für die Ewigkeit, ja ja ja, ist klar Boah, alter Schwede Ich hab 17.000 Bonuspunkte gekriegt Gerade Ich bin fast Level 23 War leider an diesem Teil jetzt gerade mal fast 2 Level Jaaa Sooo Kommen wir ruhig zu weitermachen Spiel verlassen, gehen wir mal raus BAM BAM Ach Gott, aber eh Verlassen Hm Tiddly Äh Verlassen spiel Ja, echt Also Es ist wirklich abhaltig Ich weiß nicht, sind die sind Bonus, äh sind das nur Bonus Maps Oder sind das überhaupt so Ja, es ist heute mal Bonus So wie so Allgemein kriegst du Bonus Weißt du auch nicht, ob das jedes Mal ist Weil das hab ich jetzt auch erst das erste Mal gesehen Das wär geil, wenn wir jetzt bei Fracht spielen Und weiter Bonus bekommen, Alter Wir können ja richtig Nee, das nennen wir nur spezielle Level Aha, und wer war das jetzt gerade? So, ähm Ja, gut Haben wir jetzt ein bisschen Fracht Und dann kann man eigentlich quasi auch hier weitermachen, man Dann kann man nämlich noch mit so Level powern Uh, Level powern Ja, ey Mal gucken, vielleicht heute noch Level 50 Ja, genau Spaß aus der Autobahn Das in einem Tag Zumindest ist unser Zero jetzt weg Oder der verfolgt uns jetzt Der ist jetzt gleich um in der Fracht auch mit dabei Ja Der hat uns allen schon eine Anfrage geschickt Kann das rein nachjoin Nein Gut, wie die Cut auch schon angeschnitten hat Dann würden wir sagen Machen wir hier gerade ein Folgenpostet Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin, tschu tschu Tschüss 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 Adios mit aus Gott, der muss immer das letzte Wort haben Gar nicht wahr Natürlich Nein Doch Nein Na klar Niemals Tschüss Tschüss Euer Kater Ja, euer Pekev Tschüssi Tschüss Tschüss Tschüss